Auf der Suche nach richtig gut klingenden Kabeln, die nicht nur durch Testsäge glänzen, sondern wirklich durch sauberes Engineering und bezahlbares Geld mit exzellenter Performance sind wir auf die englische Firma Tellurium Q gestoßen. Bei Tellurium Q hat man es halt wirklich mit altgedienten Experten, HiFi-Leuten zu tun, die schon lange in der Szene sind und die sich zur Aufgabe gemacht haben, wirklich bezahlbare Kabel auf den Markt zu bringen, die sehr neutral spielen, sehr effektfrei spielen. Aber halt eben wirklich mit absolut teuren Kabeln locker mithalten können. Tellurium Q fertigt eigentlich alle wichtigen Kabelgattungen wie Cinch-Kabel, XLR-Kabel, Lautsprecher-Kabel, neuerdings auch hervorragende Digitalkabel und USB-Kabel. Und ich muss sagen, wir haben ja schon über die Jahrzehnte extrem viel oder so ziemlich alles an Kabeln ausprobiert, was der Markt so hergibt. Aber in diesen Preisklassen ist mir noch kein Kabelhersteller untergekommen, der wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis und von der Performance so herausgestochen ist wie Tellurium Q. Und zu Unrecht sind diese Kabel in Deutschland noch relativ unbekannt. Wir haben das gesamte Programm bei uns im Studio vorführbereit. Angefangen hier von dieser Blue-Serie, die noch relativ preiswert ist, über die Black-Ultra-Black-Serie und die Diamond-Kabel. Und zwar sämtliche Cinch-XLR-Lautsprecher- und auch USB-Kabel. Und wenn Sie Interesse haben, mal auszutesten, wie gut Ihre Kabel sind im Vergleich zu diesen, können Sie das gerne bei uns im Studio tun. Oder wir leihen Ihnen die Kabel auch gerne mal zum Test bei sich zu Hause aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017